UNTERTITELUNG Aber keiner würde Cain jemals ungestraft widersprechen Raus! Raus! Sie wagt es Cain zu hinterfragen Sie heuchelt Treue und Ergebenheit, aber ist ihr aufgefallen, wie sie ihn ansieht? Als wäre sie seinesgleichen? Wenn sie hier wäre, würde ich mit ihr kurzen Prozess machen Aber Cain hat eine etwas elegantere Lösung Eine, die ihre Getreuen nicht vor den Kopf stößt Ich brauche deine Hilfe, Legion Spiele Cain, du musst den Prime Temple angreifen Du musst unsere Brüder töten Sodass Cain als die Verräterin dasteht, die sie ist Ganz schön frech, willkommen zurück zu Command & Conquer Cains Rache Ja, Killian Quartars Verrat Killian Quartar hat ihr wahres Gesicht gezeigt Sie ist eine Ketzerin, die ein Komplott gegen Cain schmiedet Obwohl sich Quartar das Wohlwollen der Menschen erschlichen hat Bezweifelt Ebtissin, Alexa, dass sie ihr einfach so glauben werden Sie werden Beweise fordern Beweise, die sie liefern werden Cains Truppen verteidigen diese Minuten mit dem Mut der Verzweiflung im Prime Temple Geben sich als Katar aus und begegnen sie einen unverzeihlichsten Verrat Das wird die Welt die Augen öffnen Ich erinnere mich an Berium Wars Da ist uns die Tantia in den Rücken gefallen War sie vielleicht doch nicht Initialisiere Video Abblick Seit der Kindheit träume ich vom Wiederaufbau des Prime Tempels Nun erstrahlt er wieder im alten Glatz Möglicherweise ist Cains Vertrauen in dich nicht ganz unberechtigt Empfange Nachricht Legion, wir müssen diese Flugabwehrbatterien zerstören Um den Luftraum für unsere Vertigo Bomber zu sichern Machen wir uns ein paar Freunde? Ja machen wir Feindliche Einheiten in Sicht Feindliche Basis in Sicht Einheit wird angegriffen Rücke vor Ist er der nächste Obrechtliche Kante? Freunden bis die Fähne aus Mit exkelten Grüßen Hier ist meine Karte. Mit freundlichen Grüßen. Ah, da ist ein Geschützzeug. Mit explosiven Grüßen. Oh, kein Strom. Ich verstehe. Freundliche Einheiten in Sicht. Mit freundlichen Grüßen. Ich verstehe. Okay. Ich mache das mit ihm hier aus. Persönliche Zustellung. Habe ich, dass der Strom auch mal gereicht. Ach, das war schon. Au, au, au. Ich sehe hier töten. Oh. Das war ja unfair. Na dann. Initialisiere Video-Aplink. Legion, die GDI nähert sich dem Prime-Tempel und dem Propheten. Du musst verhindern, dass diese Heiden unseren heiligsten Tempel entweihen, egal was seine Eminenz vielleicht. Du weißt, was richtig ist. Hey. Neue Bauoptionen. Wieso kriegen wir das ja nicht? Die GDI entweiht den Prime-Tempel schon zu lange. Stoßen Sie zu Cains Truppen und vernichten Sie sie. Mhm. Okay. Ganz schön heftig befestigt die Basis. Warte mal. Ja gut, nicht mehr. Feindliche Basis in Sicht. Dann bauen wir schnell was auf. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Schlagen wir los. Baut. Einheit wird angegriffen. Angriff. Ach, wir haben alle schon hohen Rang. Na dann, greifen wir schon mal an. Vorwärts. Roger. Von hier kommen wir, glaube ich, gut rein. Holen wir sie uns. Hier platt machen wir uns. Na dann helfen wir denen nochmal. Okay, okay, okay. Wir bauen ja doch schon ein bisschen weiter. Neue Bauoptionen. Bau uns. Holen wir sie uns. Bau abgeschlossen. Feuer. Einheit gefördert. Ah, jetzt haben sie keinen Strom. Sehr gut. Neuer Lotz. Mal flott den Bauplatz noch auf. Nachdem er auf die schießt. Zeit, komm ich auf die, die auch nicht zu schießen. Mal flott den Bauoptionen. Holen wir sie uns. Die machen wir gerade. Feuer. Ach, lieb. Der Gegner besiegt. Einsatzziele reicht. So, machen wir mal schnell hier weiter. Sehr gut, ihr zieht euch mal zurück. Wo sind die Verstärkungen? Oh. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Ah, da ist er wieder. Verstärkungen sind eingetroffen. Empfange Nachricht. Zerstören Sie den Kontrollton des Laserzaunes. Wir hatten damals keinen gehabt. Ja, ich bin hier. Was brauchen Sie? Eins, Team 2. Und nochmal. Rücke vor. Okay. Nee, gehen wir da, genau. Stellen wir uns vor. Einheit für Anrufe. Rücke vor. Machen wir uns ein paar Freunde? Einsatz Ziel erreicht. Empfange Nachricht. Infiltrieren Sie mit diesem Saboteur das Waffenlabor des Prime Tempels und stehlen Sie die Pläne von dessen Ion-Schild, während Alexa Keynes Truppen auf sich zieht. Okay. Ich verstehe. Freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, wie kommt denn die Anrufen vorbei? Ich kann helfen. Natürlich bin ich bereit. Oh. Ich hoffe, wir sehen hier noch mehr. Jetzt muss ich eben gucken. Rücke vor. Wenn das Auto tot ist, haben wir verkackt. Was brauchen Sie? Stealth Einheit geordnet. Oh, sieht gut aus. Okay. Ähm. Da hinten. Aber hier ist dieser Obelist. Das ist Hof. Rücke vor. Hm. Auf in den Kampf. Einheit für Anrufe. Ob die hier verbündet? Kann ich die nicht angreifen? Gut. Okay. Darauf habe ich gewartet. Stealth Einheit für Anrufe. Hier ist meine Karte. Ich kann Ihnen helfen. Ja, ich bin hier. Auf in den Kampf. Positiv. Ich kann helfen. Ja. So weit, so gut. Persönliche Zustellung. Ich muss da bitte wecksprengen, nicht, dass da noch mehr Fuß drum rauskommen. Oh. Äh, ihr bleibt bitte weg. Ich kann Ihnen helfen. Ich kann Ihnen helfen. Ich kann Ihnen helfen. Lassen Sie sich Zeit. Einheit wird angegriffen. Kann ich Ihnen helfen? Ja. So, hinterher. Ich verstehe. Stealth Einheit geordnet. Jetzt wird gespielt. Ich kann helfen. Ich kann Ihnen helfen. Ihr Lieb gefällt mir. Rücker vor. Kann ich Ihnen helfen? Ja, du gehst da hin. Allzeit bereit. Positiv. Na ja, so weit, so gut. Wie kriege ich diese U-Listen dann weg? Na, wir gehen jetzt mal weiter. Rücker vor. Erklärt sich das gleich von alles, was ich sage. Ich höre. Lassen Sie sich Zeit. Positiv. Aber hier, die Kementenkisten, brauchen wir nicht. Oh, das Ding. Ah, Krasswerke. Na dann. So. Feindliche Einheiten in Sicht. Okay. Wieder raus. Ne. Rücker vor. Da habe ich gerade einen Obelisk gehört. Verschaffen ist es ja. Soviel ist der Obelisk auch gar nicht aktiv hier. Das wird ein Spaß. Drücke vor. Genau mein Ziel. Kann ich Ihnen helfen. Wie ist der Plan? Jetzt wird gespielt. Oh, da ist hier noch Kaffee gewonnen. Ja, ich bin hier. Kinderspiel. Okay. Rücker vor. Was gibt es? So. Lassen Sie sich Zeit. Einen in den Dingen. Wir sind keine Eier hatten wir. Okay. Gebäude besetzt. Einsatzziel erreicht. Und da haben wir das Washington Center in Petit. Daten gesichert. Erbitten Evakuierung. Natürlich bin ich bereit. Im Falle Nachricht. Bringen Sie den Saboteur zum Exfiltrationspunkt. Von dort lassen wir die Pläne des Ionenschildes an das Oberkommando der GDI durchsickern, um Killian endgültig zu diskreditieren. Ganz schön hinterhertisch. Aber okay, machen wir. Neues Olos-Ziel. Bruteur erreicht der Exfiltrationspunkt unversehrt. Was jetzt? Das glaube ich eher nicht. Ich verstehe. Bereit! Wo ist der? Der ist da ganz vorne. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ja. Positiv. Ja, bin bereit. Ich arbeite allein. Ich verstehe. Feindliche Einheiten in Sicht. Mhm. Vorwärts! Wie ist der Plan? Okay. Rücke vor. Klar, ne? Ist alle Töten. Nach wie vor. Allzeit bereit. Positiv. Da sind ja Fußtruppen. Okay, hier sind Fußtruppen. Stellen wir uns vor. Ja, ha, ha. Natürlich bin ich bereit. Oh, das sind Verbündete. Okay. Na dann. Gib mal mal Gas. Los, los! Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwie Gegner sind. Los! Los geht's! Oh, da geht's nicht lang. Los, los! Ja, klaff nicht mehr. Wann hört das nur auf? Angriff! Stealtheinheit beachtet. Los! Na dann, gib Gas. Gib Gas. Los! Los, los! Einsatzziel erreicht. Wie ist der Plan? Du wirst besser auch rausgehen. Nordtransporter unterwegs. Du wirst besser auch rausgehen. Polusziel erreicht. Sonst könnte es gleich für dich auch böse enden. Initialisiere Video-Ablick. Ausgezeichnet. Du hast mehr als genug Schaden angerichtet, um Kilian zu stürzen. Jetzt ziehe dich zurück. Wir wollen doch nicht, dass der Tempel beschädigt wird. Nee, deswegen haben wir auch die Junker nur auf quasi scharf gemacht. Mission erfolgreich. Na, schauen wir mal. Das war auch mal wieder eine nette, ruhige Mission. Okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin, macht's gut.